Hallo, ich bin Enes und es ist der zweite Konsum-Podcast. Wir haben Spaß aus dem AWC der HIP gebaut in Berlin. Wir haben alle ein bisschen Sport gemacht. Jo, wo ist es ab, man? Wir haben heute für Angela die Leiterin der ganzen Aktion hier. Da haben wir gut gespielt. So eine Kursachtige Schau auf jeden Fall. Und ihr seht uns das erste Mal. Raise your heads. Auf jeden Fall wieder. Warte mal, Saalprobe hier. Wenn es wieder heißt. Hüpfe-Board! Mit mir machen wir jetzt einfach ein Live-Mitschnitt beim Hüpfen und beim Hinfallen. Warte, were you told me? Hinter mir ist Dennis. Warte? Jaaah! Aaaaaaah!